Ich fliege jetzt einfach mal, ich sag mal, nach Dubai, Business Class, sehe eine verheiratete Frau, also die fliegt jetzt einfach nur mit einem Kind, die anderen sind in Economy, du sitzt vorne Business. Links sitzt noch der eine von Höhle der Löwen, ist jetzt komplett random, also ist jetzt wirklich nichts, was irgendwie passieren würde. Er hat Fantasie, ja. Und wie mache ich das am besten, dass ich an die Alte rankomme? Ja, da bin ich überfragt. Also mal angenommen, ich habe dann, also pass auf, ich habe ja schon ein Buch geschrieben. Ich glaube, du bist da schon ganz gut unterwegs, was so Frauen angeht. Also wie mache ich das irgendwie? Sag ich das so, hey, was liest du denn da? Und dann, das ist übrigens mein Buch. Ja, dann lass uns mal, kannst du ja dein Buch signieren lassen. Das ist gut, also. Okay, und dann, wie mache ich das dann? Schreibe ich dann eher auf Instagram oder WhatsApp direkt oder bleibe ich erstmal ein bisschen defensiver? Ja. Ja.